Das Rettungsteam aus Siegen rückt zu einem dramatischen Arbeitsunfall aus. Wir sind alarmiert, ein hiesiges Restaurant hier in der Stadt. Dort hat sich jemand in der Küche leider den Finger ein bisschen kürzer geschnitten. Fragt sich, wie viel kürzer? Ein VIP-Anfahrt, ein Liegend-Anfahrt. Und weil die Küche ist, glaube ich, sogar da hinten. Vielleicht können wir da hinten direkt rein. André Schütz und Christina Hinkel dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Hallo. Hallo. Ist das hier der Patient oder was? Ja, genau. Gemoye. Gemoye. Hi. Was ist denn passiert? Welchen Finger hast du denn erwischt? Den Daumen. Ja. Vorne die Spitze, die ist eigentlich ab. Okay, hast du die Spitze noch in der Küche liegen? Der ist irgendwo in einem Handschuh, ja. Okay, den müssen wir haben. Okay, dann gucke ich danach. Wir gehen jetzt einfach erstmal zusammen in den RTW und gucken mal. Hast du da in der Küche oder hier? Ja, da. Da hast du zwei. Ja, ja, genau. Da sind sie ja in der Regel schon. Komm mal mit. Bisschen mit dem Kreislauf. Na, alles in den Mottern. Ja, ja. Möglicherweise kann das abgetrennte Stück des Daumens wieder angenäht werden. Da sich das wohl auch direkt so bestätigt hatte, dass ein Stück zumindest fehlen sollte, haben wir uns dann so aufgeteilt, dass André mit dem Patienten direkt in den RTW geht für die Versorgung und ich dann ein bisschen Detektivarbeit oder Tatortarbeit leiste und nach dem fehlenden Stück Ausschau halte. Der ist ein bisschen neben der Spur. Der ist ein bisschen neben der Spur. In einer von den beiden Handschuhen ist die... Ja, okay. Ach, das ist natürlich du. Ich tue die ganz schnell raus. Nee, ich habe noch Handschuhe in der Hand, dann tue ich die da rein erst mal. Wenn da noch was drin ist. Aber da ist zum Glück ein Sieb. Also ich glaube nicht, dass es weg ist, wenn es abgespült worden wäre. Kollege André kümmert sich derweil um den Patienten und die Versorgung seiner Wunde. Hast du dich geekelt oder nicht? Nö, ich wollte es dir zeigen, aber die wollten es nicht sehen. Ja, das Problem habe ich auch gemacht. Und halt. So, Junge, ich bin gewappnet, dann will ich mal gucken. Riech jetzt ein Sch... Kannst du das abmachen oder nicht? Boah, das... Mach langsam. Mach langsam. Warte, lass mal noch so. Ich habe den Patienten dann gebeten, sich auf unsere Liege zu setzen. Und habe ihn dann gebeten, in Schritten, die für ihn möglich sind, selbstständig den losen Verband abzunehmen. Weil wenn wir das machen, wir können das manchmal nicht so patientenschonend machen wie er dann selber. Und ich habe ihn auch gebeten, das langsam zu machen, damit wir auch dann schon die kleinste Verletzung oder schon dann den Schaden am Finger sehen können. Schön dürfte der Anblick nicht sein. So, welche Finger und Daumen, hat es gesagt? Ja, ich habe ihn ausprobiert. Ohne, dass dir schlecht wird, ja? Kannst du Blut sehen? Ja, das ist ja immer so eine Sache. Okay, ja, dann ziehen wir ab. Lass erst mal so gucken. Riech dir an. Zieh mal ab. Das Messer war scharf. Die linke Ecke des Daumens ist ab. Sogar der Fingernagel wurde sauber durchtrennt. Ich darf mal, ja? Das merkst du? Ja, ja. Gut. Kannst du dich noch bewegen? Oder tut weh? Ich aber nicht, weil es riecht gut. Okay. Also können wir. Ja, ja, nee, alles gut. So, pass mal auf. Tu mal, nee, 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 den Lappen lass mal weg. So, jetzt hältst du das erst mal hoch. So, ein bisschen hochhalten. Den lässt du mal lose. Und wir klären jetzt gerade noch, wo wir mit dir hinfahren können. Und dann legst du jetzt mal hier unten drunter. Das mit der anderen Hand. Ja, ja. Punkt, Punkt. Wie geht es dir mit dem Kreislauf? Kreislauf, alles gut. Da ich selber schon ein paar Schnittverletzungen erlebt habe an mir und an den Fingern und auch bei diversen Patienten, war das jetzt für mich nichts Kritisches. Zum Verständnis, vorne am ersten Glied, wo der Nagel am Daumen sitzt, da hat er sich links zum Zeigefinger ein bisschen die Seite abgeschnitten. Das war ein glatter Schnitt. Das war nur eine Fleischverletzung und der knöcherne Bereich war nicht betroffen. Die Nerven waren noch intakt, wollte aber den Finger nicht so weit knicken bei genauerer Betrachtung, weil er nämlich da Schmerzen empfand. Notfallsanitäterin Christina kommt gerade mit guten Neuigkeiten aus der Küche zurück. Hier ist die drinne. Ich habe aber noch nicht in die Handschuhe geguckt, das war noch am Messer dran. Also ich habe ein Bild gemacht. Okay. Aber ist gar nicht so schlimm. Nee, also das, was hier dran ist, ist auch nicht viel. Da ist irgendwo eine Tüte. Ja, dann passt. Die habe ich mitgebracht. Ja, ja. Also das Gegenstück passt zum Finger. Das ist dann leider. Ja, genau. Ob das abgetrennte Stück aber tatsächlich wieder angenäht werden kann, müssen die Ärzte im Krankenhaus entscheiden. Ich mache dir der Einfachheit halber jetzt mal so ein Ohrclip dran. Wir würden das auch jetzt so nicht verbinden. Wenn du jetzt das Gefühl hast, das zutscht weiter durch, dann würden wir einen Verband drauf machen. Wir fahren mit dir ins Marienkrankenhaus. Die hat eine Handschirurgie. Die können wir erstmal beigucken. Oder vielleicht irgendwas drauf machen, dass das nicht so ganz der Flut wird. Ja, der Finger, die sind an sich allgemein gut durchblutet. Einzige, was uns jetzt hilft, ist hochhalten, damit der Blutfluss an sich ein bisschen gemindert wird. Genau. Warte, sag gerade noch mal, welcher Finger? Daumen rechts. Daumen links. Okay. Versuche das wirklich so ein bisschen über Herzhöhe zu halten, wenn es geht noch ein bisschen höher. Ja, ich wollte jetzt kein Verband. Also entweder machen jetzt ein Verband drum, aber das wird nicht vernünftig halten, weil die Wundkompresse, dann lassen lieber jetzt so fahren. Ja, magst du es mir einmal ganz kurz zeigen? Ich habe es jetzt nur auf dem Foto gesehen. DMS ist vorhanden. Also ich würde es einfach so lassen, hält es halt eben so Blut und Messung. Du kannst auch ruhig ein bisschen fester drum packen um den Daumen mit den Kompressen, da passiert nichts. Druck, wenn du Druck ein bisschen ausübst, dann hilft das auch ein bisschen bei der Blutstattung. Der Patient muss jetzt schnellstmöglich zu einem Chirurgen. André meldet den jungen Mann im zuständigen Krankenhaus an, um vor Ort keine weitere Zeit zu verlieren. Ja, wir würden aufnehmen. Männlich 24 Jahre. Betroffener. Finger, Daumen, links. Zwei Zentimeter an der Fingerkuppe abgeschnitten. Ja, ich komme wieder. So, pass auf, zu essen, das ist dir jetzt heute nichts mehr. Da wird gewiss gleich ein bisschen fernäht. Wie ist er? Da wird gleich genäht. Echt? Ja, sicher. Da hat man ja kein Pflaster drauf, oder was? Blut zu sehen ist für den Mann kein Problem. Vor Nadeln hat er jedoch panische Angst. André redet ihm gut zu. Also der Patient hatte eine circa ein Zentimeter große Schnittwunde. Es war jetzt zwar ein Stück der Fingerkuppe ab. Der hatte einen guten Kreislauf. Er hat auch eigentlich keine großen Kreislaufprobleme angegeben. Und dann ist das durchaus auch möglich, wenn man sich das zutraut, damit auch privat ins Krankenhaus zu fahren, zur Versorgung. Im Zweifel oder bei größeren Verletzungen ist es trotzdem besser, den Notruf zu wählen. So, dürfen wir eigentlich direkt rüber oder erstmal hier? Ich glaube, wir müssen sogar so zur Anmeldung kurz rüber. Ja, ich glaube, wir melden das erstmal hier an. Ja, wir können ja zur Not direkt wieder gehen. Hallo. Hallo. Sollen wir direkt rüber gehen? Hand? Ne? Okay. Hallo. 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 Ja, direkt in die Hand. Ja, genau. Gewinner. Noch ist unklar, ob und wann der Mann seinen Daumen wieder voll einsetzen kann. Hallo. Ach so. Hi. Ich habe ein Bild gemacht, dann können wir da vielleicht erst noch gucken. Hast du den Rest auch mitgemacht? Ja, der liegt da in einem Tütchen. Hat sich beim Fleischschneiden ein Stück da vorne so abgeschnitten. Nagel ab. DMS ist vorhanden. Konnte ihn jetzt nicht ganz so knicken, weil er Schmerzen hatte. Blutung ist im Beben mal ein bisschen weniger geworden. Hat jetzt von uns zwei Wundkompressen da draufgekommen. Und da haben wir dann auch nichts abgebunden. Den Rest haben wir da vorne drin. Kreislaufstabil-Vara. Ist das Knöchern mitverletzt? Das ist wirklich nur echt. Ich glaube noch nicht mehr, dass ihr das verwerten könnt. Nee, das ist halt Fleisch. Er hat ein bisschen Angst vor Nadeln und Nähen. Es war wirklich nur ein Stück Fleisch, was vorne am Finger fehlte. Es war jetzt keine komplette Fingerglied, was dort abgetrennt war, wo wir uns hätten schwer Sorgen machen müssen. Aufgrund meiner Erfahrung heraus, auch die ich selber gemacht habe, wird das einfach eine Fleischverletzung sein. Die wird verbunden, die wird dann von alleine abheilen müssen und dann wird er immer ein Stück als Erinnerung von einem seinem Daumen haben, von seinem Arbeitstag heute. Alles Gute, gute Besserung. Ciao. Was bei Amputationen zu tun ist, erklärt Notfallsanitäterin Christina. Falls zu Hause sowas mal passieren sollte, wenn wirklich vielleicht auch ein größeres Stück vom Finger oder sonst was amputiert ist, dann auf jeden Fall steril einpacken, das dann quasi in eine Tüte tun und die Tüte wiederum in eine Tüte packen, die mit kaltem Wasser gefüllt ist. Das sollte nicht zu kalt sein, da sollten jetzt keine Eiswürfel drin sein. Das führt halt dazu, dass die Gefäße, die da drin sind, sich zusammenziehen und dementsprechend auch der Stoffwechsel, der da noch irgendwie minimal stattfindet, dass es alles runterfährt. Und dann bestehen halt einfach die besten Chancen, wenn es dann wieder dran genäht wird, dass dann auch die Funktion wieder bestmöglichst hergestellt wird. Der Patient kann seinen Daumen mittlerweile wieder benutzen. Handmodel wird er jedoch nicht mehr.